Warum kann ich die goldene Kiste bei uns oben nicht abbauen? Ach, weil da Zeug drin ist. Yay. Äh, alle ausräumen. So. Ich mach mich ganz wuschig hier. So, jetzt haben wir unten wenigstens mal eine Reihe voll. Ich merke gerade, dass das viel zu viel Arbeit ist, deswegen lass ich das auch schnell wieder. Das, was ich hier gerade vorhatte. Zack. So. Auf nach oben. Leute, wie geht's jetzt hier weiter? Ricardo, wann gehen wir die Bienenkönigin machen? Mir ist langweilig. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr bauen. Ich hab hier gerade unten Mitril und Adamantit gefunden. Und das heißt was? Dass es noch 10 Stunden dauert? Wie wär's, wenn du auch mal runterkommen würdest? Wäre interessant, glaub ich, ne? Wir gehen ein bisschen in Hollow rein. Dann warten Sie auf mich, bitte. Ich räume noch mein Inventar aus. Eine ziemlich große Ader von 50 Erz. Wahnsinn. Läuft. Habe ich denn hier Lehmblock? Weg in den Müll damit. Trüe, Steinblock, hier rein. Das kommt da rein. Grouse, Stein, Seagulls. So, das hab ich auch wieder. Das baue ich gleich an. Gold Ziegelwand. Trodolol. Ähm, 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 Gold brauchen wir noch für Spilanka-Porschen. Also das Erz bitte nicht verbauen. Ist es jetzt schon zu spät? Nein, 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 nein. Wie du gerade so enttäuscht gefragt hast, ist es schon zu spät? Warst du wirklich so dumm und hast sie verbaut? Ist das jetzt dein Ernst? So, da noch einer hin. Und jetzt komm ich zu dir, Riccardo. Freust du dich schon? Äh, nein. Schau. Ich falle. Scheiße. Das war mal wieder eine Aktion à la Willy. Aber echt, ey. Ah. Egal. Braucht sowieso keiner. Ich hab jetzt unten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Das ist schön. Und da fällt der ganze restliche Scheiß. Ist schön. Ist schön. Ich bin ein Mitril, Junge. Und Seele des Lichts. Zwei Seelen sogar. Das ist gut. Gut. Was wirft mich denn hier jetzt bitte mit irgendwelchem Scheiß ab? Und wie lange bitte dauert das noch, bis ich unten bin? Komm schon. Theoretisch, wenn du mal ganz genau überlegst, kann Corruption und Hollow nie aufeinander treffen. Warum nicht? Weil wir den Gang nach unten gebaut haben. Das ist ja nicht, äh, 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 luftübergreifend, was da passiert. Äh, das ist, glaube ich, jetzt gerade einfach nur zu hoch für mich. Wo ist der Flattermaus? Okay, da ist der Flattermaus. Wo bist du denn? Was? Wie komme ich da hin? Einfach durch die Hölle unten? Ich bin einfach die Hölle entlang gelaufen, ja. Wo stecke ich denn jetzt fest? Hallo? Hallo? Ich sehe rein gar nichts. Ah doch, jetzt. Wow! Lord, was war das denn gerade für ein ekelhaftes Bug-Ding? Alter, wie viele Kackmonster das gerade waren. Lord, ah! Oh! Willi, komm! Ich habe gerade Probleme. Ich bin gleich tot, komm! Ich auch. Willi, ich bin in die Lava gefallen. Nicht nur das. So, schönen Heilpott rein. Rinn damit. Ja, ich bin auf dem Weg. Warte auf mich. Oh, der wird noch sterben, bevor der hier bei mir ist. Nee. Hallo? Guck mal, was da rumspringt. Eine Schatztruhe. Das ist ein schluss. Pass auf, der macht übelst Damage. Der macht übelst Damage. Ich habe sieben Leben. Sieben. Der macht leider übelst Damage. Fuck! Mach das! Du musst ihn töten, du musst ihn töten. Der hat ein Item. Ja, genau. Habs, 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 habs. Titanhandschuhe, Gott sei Dank. Was ist das? Durchlesen. Erhöhte Nahkampfrückstoß. Nahkampfitem. Warum hat man eigentlich so wenig Slots bei Zusätze? Oder kann ich das wieder mit irgendwas verbinden? Bap. Bap, bap, bischu, bada, 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 bada. Ja, kann ich das mit irgendwas verbinden oder nicht? Ähm, ja. Kann man verbinden. Mit? Weiß ich nicht. Mit Magmastein kann man es verbinden und mit noch irgendwas. Oh, Willi, warum hast du denn hier unten was abgebaut? Was soll denn das? Wo denn? Ah ja, unten bei den Kisten hast du Steinwand abbaut. Echt? Das ist mir wahrscheinlich eben aus Zufall passiert. Also, ich hab eben versucht, da unten was umzudrahen. Aus Zufall. Und hab dann gedacht, dass es, äh... Ah, you're fucking kidding me! No! Riccardo! I don't kill... Äh, I don't kid you. I don't kid you. Please come to me. But please not in my face. Oh, Adamantitschwert können wir uns schon machen. Da bringen wir grad eins mit. Nein! Doch! Scheiße, jetzt hab ich nen Adamantithelm gemacht, den wollt ich gar nicht machen. Du Sack! Fuck! Na, egal. Ha! Also, Adamantithelm haben wir schon mal einen. Ich wollt eigentlich die Spitzhacke machen, aber... Inkompetenz... Kann man wieder nix, Riccardo. Kann man wieder nix. Inkompetenz willst du ne Kobaltausrüstung haben. Was bringt die mir? Ist die Stärkung? Mehr Verteidigung, ja. Ja, bitte. Obwohl ich eigentlich, äh, nicht gestorben bin, so wie du. Ha, ha, ha. Lol. Ha, ha, ha. Lol. Dann haben wir schon mal beide ne Kobaltausrüstung. Und wir haben einfach nur noch 59 Barren übrig. Ich komm mal kurz zurück. Ekelhaft. Ich möchte nämlich gucken, wo muss ich denn mein Kobaltschild mit meinem Hex... 11, 8, 7... ...Tar-Dingensbummens verbinden. Okay. 11, 8, 7 Kobaltausrüstung. So, jetzt kann man... Hast du noch ein Mannequin übrig? Für die Höllenrüstung? Äh, Höllenrüstung im Mannequin? Wie, Mannequin? Achso, natürlich. Die Höllenrüstung aufzustellen. Nee, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Okay, also mit dem Titan-Handschuh kann man nur eine wilde Klaue verbinden. Und dann bekommt man eine Power-Glove. Ja, und die wilde Klaue haben wir auch, ne? Tatsächlich, ja. Ja. Weißt du, wer die hat? Du. Ja, ich hab die. Okay, willst du das Ding jetzt haben hier, oder nicht? Gib mal her, ich will mal gucken, ja. Oh, Willi. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch Magma-Stellen wieder dafür. Und dann hat man, glaube ich, die Feuer-Handschuhe, oder sowas. Oder mechanische Handschuhe, irgendwas in der Art. Irgendwas Geiles haben wir dann. Irgendwas Geiles. Crafting. Außen, nee, ich bin falsch. Wo ist die Workbench da oben? Ups. Die muss ich jetzt nur zum Mechanischen, zum Mechanischen Handschuhen machen. Dazu brauche ich das Aven- Avenger-Emblem. Ach, ach. Und das weiß ich auch, wie ich das bekomme. Du machst das. Hast du noch irgendwas von der Wall of Flash? Die Embleme? Was hast denn du davon? Ich hab alles in Kisten gemacht. Ich hab gar keine... Achso, doch. Ich hab nur ein Hexer-Emblem. Brauchen das Krieger-Emblem noch. Was hast denn du für eins? Das Ranger-Emblem. Das Ranger-Emblem haben wir sogar zweimal. Hexer-Emblem, Kriegsenblem, Waldläufer-Emblem. Also aus meinem kann man nur mit einem Krieger... Achso, okay. Komm mal her und hol mal deine Rüstung hier unten ab, wa? Ich bin auf meinem Weg. Es ist so toll. Was... Ja, sicher. Den Shit brauche ich nicht. Nee, die Mario-Kappe behalte ich. So, dann mache ich noch ein Mannequin. Und das ein oder andere Holzplättchen. Ah, nee, warte mal. Wir brauchen nur noch Holzplatten. Wir brauchen nur noch Mannequins. Zwei, um genau zu sein. Bevor du jetzt da runtergehst, warte bitte. Ganz kurz. So, dann bekommt der das ganz sicher nicht. Der das hier. Das da. Das da. Und der hier, das Fox-Outfit. Und deine Rüstung verkaufen wir einfach. Egal, du darfst nicht gut finden. Ich scheiß ja auf deine Rüstung, weißt du? Ich scheiß ja einfach drauf. Ja, ist egal. Brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Komm, wir machen uns mal Mitrilschwerter, wa? Wir haben mehr als deutlich genug davon. Mehr als deutlich genug? Ist das dann viel genug? Oder ist das einfach nur deutlich? 58 Spar. Ja, 100 Gold. Wir können uns praktisch schon Mitrilausrüstung machen, wenn du willst. Ja, dann hau doch raus. Wenn du genug davon hast. Ich trinke mal ganz kurz was. Gib mal kurz dein Schwert. Welches? Das Mitrilschwert, was ich dir gerade gegeben habe. Was ist daran jetzt? Nix. Danke für minus 10 Schaden. Danke. Hol dir mal das Gold. Und dann gehst du mal bei den Goblin. Und dann gehst du mal auf das Neu-Craften. Drück da nicht zu oft drauf, sondern lest dir mal zuerst die Effekte durch. Und verschwende auch bitte nicht gerade das ganze Gold. 100 Gold. Also mit dem Schwert, oder wat? Mit dem Schwert, ja. Das ziehst du dann dort rein und kannst dann so neue Buffs drauf machen. Wollen wir den Goblin einziehen lassen. Da. Wat? Nachschmieden? Nachschmieden. Zum Nachschmieden-Item hier platzieren. Kosten, 3 Gold, 24 Silber. Und wo sehe ich jetzt das, was dabei rauskommt? Der muss auch auf den Button drücken. Minus 31 Schaden, 20 Rückstoß, genau. Eilol. Plus 15 Schaden, plus 15% kritische Trefferschance und plus 15% Rückstoß. Das nehme ich. Das ist gut. Das ist gut. Und ich habe sogar nur von 100, habe ich sogar nur 5 Gold verbraten. Bin ich gut, oder bin ich gut? Ja, gut. Komm. Muss die Mini-Shark noch mitnehmen. Dann nehme ich die auch noch gerade mit. Ja, wir machen jetzt noch mal gerade die Wall of Flash. Schabelos den Guide zu töten. Mal gucken, ob wir das Kriege-Emblem dann bekommen. Falls wir das bekommen sollten, wäre das natürlich Premium. Falls wir das nicht bekommen sollten. Wolltet ihr die nur einmal machen? Jo. Die Fleischwamp. Bis zum nächsten Mal.